Verzeihung, Mr. Reyes. Kratzt du noch den Kaugummi von der Liga, oder was? Es fühlt sich alles gerade so unerreichbar an. Du landest immer auf den Füßen, Bro. Du bist Raime. Raime! 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 Jenny? Schütze es mit deinem Leben, aber mach es nicht auf. Du wolltest uns Jobs besorgen und kommst mit einem Hamburger zurück? Ich glaube nicht, dass das ein Burger ist. Du hast nicht nachgesehen? Was zum Teufel ist das? Wie hast du es dazu gebracht? Ich glaube, es mag mich. Das ist in deinem Gesicht! Raime! Raime! This ain't what you want. 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 Oh, das geht hier ab. Es heißt Scarabeus. Es ist eine Art Weltvernichtungswaffe. Es beschützt seinen Wirt. Manchmal tut es, was du willst und manchmal auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Bus zerteilt. Scarabeus hat dich auserwählt. Aber er gehört mir. Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach. Das Universum hat dich beschenkt. Und du musst dir überlegen, was du damit machst. Was immer du dir vorstellst, ich kann es erschaffen. Lass uns Spaß haben. Gute Wahl. Ich will rap. Voll das Batman-Zeug. Batman ist ein Faschist. Ich will rap. Da war ich. Er bin einfach, ich verruhe. Ich will. Untertitelung des ZDF, 2020